Und nachdem Wolfgang Grupp und ich beschlossen haben, dass der Tech-Täglich auch weiterhin nur in Deutschland produziert wird, sagt er zu mir, er guckt gar nicht regelmäßig Tech-Täglich. Nicht dein Ernst. Ist so. Das ist Berlin, das ist Gigatec. Ich bin Amir Tech-Täglich vom 27. Viert und die Kollegen lachen, weil ich im ersten Take dieses Intro sehr schnell runtergerattert habe. Und dann, ich stresse sie wahnsinnig, jetzt habe ich sie sehr langsam gesagt. Es ist auch gleich Wochenende, deswegen kann man es etwas langsamer angehen lassen. Schluck aus der Einhorn-Tasse. Und diese Tasse hebe ich auch gleich in Richtung meines Kollegen Peter, der heute Geburtstag hat. Happy Birthday, Peter. Und Thuan, der lange Zeit auch hier geschrieben hat für Gigatec, der immer noch bei uns ist, aber nicht mehr schreibt, der heute auch Geburtstag hat. Und Marina, die Redakteurin bei Garmona.de, hat heute auch Geburtstag. Richtiger Geburtstagstag heute. Überhaupt die Woche wahnsinnig viele Leute Geburtstag. Hatten ja auch vielen Leuten gratuliert. Andere tolle Nachrichten. Unsere Autogrammkarten sind endlich fertig. Ich habe hier einen ganzen Batzen Autogrammkarten genommen. So sehen die jetzt aus. Das große Problem jetzt ist, dass ich seit zwei Tagen versuche rauszukriegen, wie Seriendruck funktioniert. Zumal der Drucker, den ich da hinten habe, diese Karte nicht in den Papiereinzug will. Ärgerlich. Aber kriege ich schon noch hin. Notfalls füllt Frank die nachher alle handschriftlich aus. Und ich habe gerade eine Nachricht hier intern bekommen. Muss ich gerade mal lesen zu Autogrammkarten. Moment, was steht da? Kann ich das? Ja, genau. Egal, Insider. So, also die Autogrammkarten gehen dann irgendwann raus, wenn der Drucker und ich uns geeinigt haben. Und wenn ihr noch welche wollt und bis jetzt noch keinen Bedarf angemeldet habt, schreibt mir eure Versandadresse. Also da, wo die Autogrammkarte nach hingeschickt werden soll, an tt.giga.de. Okay, so, ich habe hier heute, habe ich wirklich eine Liste nebenbei auf mit Dingen, die ich nicht vergessen darf. Das habe ich erledigt. Den Witz haben wir gemacht. Ah, das muss ich. Gut, dann schauen wir jetzt mal ganz robust in die Themen rein und fangen an im Tech-Restort. Da gibt es Nachrichten von Jeff Bezos. Das ist der Amazon-Chef. Und einer der ziemlich reichsten Menschen der Welt, glaube ich, hat aktuell rund 127 Milliarden US-Dollar im Kleingeldfach seines Geldbeutels. Und der hat jetzt, und das ist sehr parallel zu Elon Musk, der hat jetzt gesagt, was mache ich mit dem ganzen Geld? Ich packe jetzt jährlich eine Milliarde US-Dollar in Form von meinen Amazon-Anteilen in meine eigene Raumfahrtfirma Blue Origin. Und warum will er das machen? Weil er glaubt, und ich glaube, so ähnlich hat er sich Elon Musk auch geäußert, der Planet Erde. Jetzt machen die Kollegen aus den Games-Ressorts hier die Zwischentür zu, weil ihnen das tierisch auf die Nerven geht, dass wir hier guten Content produzieren. Kennen die nicht. Also, weil er sagt, die Erde wird dauerhaft kein Ort sein, an dem man leben möchte. Das heißt, wir brauchen Alternativen. Wir müssen das Weltall, den Weltraum, vielleicht auch erstmal nur das Sonnensystem besiedeln. Und ich möchte da mithelfen. Und deswegen will er mit dieser Firma Blue Origin den Raumflug günstiger werden lassen. Also jetzt nicht so EasyJet-mäßig. So wird das jetzt nicht in nächster Zeit werden, dass man sagt, ja, okay, gibt's halt kein Essen, aber dafür 30 Euro zum Mars. Aber insgesamt dieses ganze Konzept Raumflug günstiger werden lassen. Und das ist ja was, was Elon Musk eigentlich auch macht mit seinem SpaceX-Programm. Da geht's ja auch im ersten Schritt erstmal darum, sozusagen günstige Trägerraketen zu bauen, sodass Nutzlast günstig ins All gebracht werden kann. Die X-Story könnt ihr unter giga.de slash tech lesen. Dann hat OnePlus 6 eine interessante Marketingaktion gemacht. Und zwar haben sie, äh, OnePlus 6 sag ich, OnePlus hat für das OnePlus 6 eine lustige Marketingaktion gemacht. Und zwar haben sie das Gerät vorab schon mal ein paar, ich weiß nicht, was das für Leute sind, Fans, keine Influencer, glaube ich, Fans gegeben und deren Reaktionen auf das Gerät abgefilmt. Das Gerät dabei ist immer so ein bisschen ausgeblurrt. Und gewisse Dinge, die die dann sagen, wurden auch zensiert. Aber trotzdem lassen sich aus dem Video ein paar interessante Erkenntnisse ziehen. Abseits davon, dass es natürlich Marketing ist und insofern da bestimmt nichts Schlechtes gesagt werden wird. Offensichtlich scheint es das Gerät in drei, zwei bis drei Farbvarianten zu geben. Definitiv ist eine weiße Version dabei, die auch eine ganz weiche Oberfläche, also weich anfühlende Oberfläche haben soll. Es ist eine 3,5 mm Klingenbuchse, ich glaube, das wussten wir schon. Und die Software, die ja eher so Vanilla-Androidig ist, die soll wohl sehr, sehr flüssig laufen auf dem OnePlus 6. Also davon waren diese Menschen in dem Video sehr begeistert. Am 16. Mai, Entschuldigung, wird das OnePlus 6 offiziell vorgestellt. Spätestens dann haben wir auch richtiges Videomaterial von dem Gerät für euch. Bislang könnt ihr euch, oder bis dahin könnt ihr euch dieses Video unter giga.de slash Android robust anschauen. Dann freue ich mich sehr drüber. Ich warte hier für meinen LG G6 schon lange auf das Android 8.0 Oreo Update. Und jetzt wissen wir, ab nächster Woche geht es fürs G6 los. Dann wird LG das Update auch hier in Europa ausrollen. Ich glaube, in Korea ist das schon losgegangen. Ab Montag, dem 30. April, wird die neue Version zum Download angeboten. Ach nee, hier steht immer noch zunächst in Korea, danach aber auch in Ländern wie Deutschland. Unklar bleibt, wie lange das genau dauert. Okay, scheiße, darf ich doch noch nicht freuen. Dauert vielleicht wahrscheinlich, vermutlich noch ein bisschen. Aber auf jeden Fall geht es ab Montag grundsätzlich mal los. Das Update ist fertig. Dann, lest ihr unter giga.de slash Android, dann ganz kuriose Meldungen, auch im Android-Ressort von TCL. Alcatel, hatten wir neulich schon mal da. Da sind die neulich schon mal negativ aufgefallen. Die haben wirklich was gemacht, das ist an Robustheit kaum zu überbieten. Und zwar, da ist ein Taschenrechner drauf. Und wenn man den benutzen will auf so einem Alcatel-Gerät, dann gibt es noch ein Pop-Up auf, hey, bewerte doch diese alternative Rechner-App, also das ist nicht die Google-Rechner-App. Bewerte die doch mal im Play Store. Und wenn du sagst, nee, möchte ich nicht, was du ja normalerweise immer kannst bei diesen komischen Bewertungsangeboten, dann werden nicht alle Funktionen des Taschenrechners freigeschaltet. Spinnen die oder was? Auf jeden Fall hat das ein Nutzer bei Reddit dann gepostet und gesagt, was geht denn da ab? Und dann hat Google reagiert und Druck gemacht. Und inzwischen gibt es zum einen diese TCL- bzw. Alcatel-Taschenrechner-App nicht mehr im Play Store. Und zum anderen scheinen die auf den Geräten jetzt lieber die Standard-Apps installiert zu haben, die nicht dumm fragen, ob man sie bewerten will und danach den Dienst verweigern. Also unglaubliche Geschichte unter giga.de slash Android. Dann haben wir natürlich klassisch zum Wochenende die kostenlosen und reduzierten Apps für iOS, macOS und Android. Leute, ich habe exemplarisch wieder zwei rausgesucht und zwar für iOS. Pandemic. Pandemic ist ein Brettspiel, also die App ist dann natürlich die Brettspiel-Umsetzung. Ich besitze dieses Brettspiel und finde das echt toll. Habe die App noch nicht gespielt, aber ausgehend davon, dass das gut umgesetzt ist, wird das auch Spaß machen. Und zwar spielt ihr Koop, also mit Mitspielern zusammen, gegen einen, gegen Seuchen. Gegen Seuchen aus. Ihr seid quasi so ein WHO-Team, das dann so um die Welt reist und Seuchen eingrenzen bzw. ausmerzen muss. Und das macht zumindest als Brettspiel wahnsinnig Spaß, dass die App gibt es jetzt für 2,29 statt 4,49. Warte, darf ich aber wieder husten? Wollte ich einen Schluck nehmen? So, und die App, die ich mir für Android rausgesucht habe, kenne ich auch nicht, sieht aber spannend aus. The House HD scheint so ein Gruselspiel aus der First-Person-Perspektive. Da läuft ihr durch so sehr dunkle Gänge, so sieht ein bisschen aus wie Resident Evil und gruselt euch wahnsinnig. Gibt es kostenlos gerade. Also dafür kann man das mal ausprobieren, wenn man sagt, ich möchte am Wochenende mich einfach mal ein bisschen abgruseln. Das jeweils unter giga.de slash apple und giga.de slash android. So, jetzt gucke ich nochmal in meine Liste, das habe ich jetzt auch erledigt. Okay, robust. Jetzt kommen wir zu den Zuschauerkommentaren. Und die hatten es diesmal in sich, vor allem einer, den da freue ich mich gleich schon drauf. Erstmal muss ich mich bei Frank entschuldigen, der gerade wieder nicht da ist. Im letzten, täglich vorgestern, gestern ist er leider ausgefallen, hatte Frank gesagt, ich hätte an einer Stelle das nächste iPhone X gesagt, was natürlich Blödsinn wäre. Ich hatte dagegen behauptet, nein, nein, ich habe der Nachfolger des iPhone X gesagt. Hab mir das später nochmal angeguckt, hab mich sehr geschämt. Frank hat recht. Also ich hab tatsächlich im Video das nächste iPhone X gesagt. Ihr wusstet natürlich, was gemeint war, aber nichtsdestotrotz, ich hab Frank dann wieder blöd angemacht und ihm gesagt, er würde sich hier sein eigenes Grab schaufeln, was seine Reputation angeht. Stimmt natürlich alles gar nicht. Frank hat völlig recht gehabt. Die Klugscheißerei kann man natürlich trotzdem in Frage stellen. Aber in der Sache hab ich mich dann verteilt gehabt, Entschuldigung dafür an Frank. Wenn er jetzt hier wäre, würde ich ihn vor die Kamera holen. Er ist aber nicht da. Ich hab gestern auch, war ich abends noch mit Frank so ein bisschen kühles Getränk trinken und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann hat Frank schon auch mal durchblicken lassen, dass ihm diese Disse in letzter Zeit, die lassen ihn nicht ganz kalt. Also er fand schon auch schlimm, dass ich mal auf so einer Autogrammkarte sein Gesicht durchgestrichen habe. Das tat mir, dann hab ich mich entschuldigt auch, mach ich auch nie wieder. Und deswegen, wo er grad nicht da ist, schreibt mal jetzt in die Kommentare auch wirklich viel, dass ihr Frank gerne wiedersehen und dass er ein netter Typ ist und so. Das gefällt ihm dann, glaube ich. Da müssen wir gucken, dass wir den nicht ganz verärgern. Ist ja ein guter. So, dann meldet sich hier Christian Pinti mit dem sehr kuriosen Vorschlag und sagt, ich würde es cool finden, wenn ihr bei Jemitech täglich ein Thema aus der Welt, also sonstige Nachrichten diskutiert, meinetwegen auch Themen zu Königshäusern. Er schreibt Gott sei Dank noch dahinter, das wäre mega witzig. Ich hab jetzt auf die Schnelle nur gefunden, dass das Kind von William und Kate wohl Lewis heißt. Königshausthema, oder? Ja, ist egal, aber heißt Lewis. Gut, Christian, ich hoffe, das amüsiert dich ein wenig. Was mich sehr amüsiert hat, ist der Kommentar von Gaming Gamer. Ich lese den jetzt einfach so vor. Ihr bringt echt nur Schrott in euren Themen. Sick. Mit eurem blöden kindischen Drum und Dran. Am besten hört ihr mit eurem Kanal Schrott auf. Eure Videos sind auf dem Niveau von diesem Tanzverbot, entschuldige mal, oder diesem LeFloid, richtiger Abschaum. Das, was ihr macht, hat auch nichts mit Technik oder News zu tun, sondern nur mit Klickgeilheit. Gaming Gamer, es scheint aber bei dir funktioniert zu haben. Du hast offensichtlich geklickt. Danke dafür. Und der letzte Kommentar des Tages, bevor ich dann Aussicht auf unsere Themen am Wochenende gebe, ist von F. Unbekannt. Der sagt, Beschwerde wegen Like. Ich like eigentlich alle tagtäglich Videos von euch, da ich immer irgendetwas lerne. Kinofilme im Kino werden mit einer anderen Framerate abgespielt, als zu Hause auf dem TV, hatten wir neulich mal besprochen. Geht mir ja auch so, deswegen mag ich den tagtäglich auch. Ich lerne da auch immer was. Solche Kleinigkeiten sind der große Mehrwert von einem Tag täglich. Und Piep sehe ich eigentlich nur wegen Piep und nicht wegen dem Inhalt. Wer die Woche geguckt hat, weiß, um welchen Kanal es gerne ging. Bitte bedankt euch doch mal bei denen, die liken. Nicht nach Likes bitten, das ist doch gar nicht nötig, da ihr alles richtig macht. Völlig recht, F. Unbekannt. Wir bitten ab jetzt nicht mehr um Likes, das macht eh nur Frank, sondern ich bedanke mich an dieser Stelle an all die Zuschauer, das mache ich aber zwischendurch auch schon öfter, die so toll liken. Wir haben hier wirklich eine Like-to-Dislike-Ratio. Das ist einzigartig auf YouTube, möchte ich sagen. Also das hat wirklich niemand. Wir haben eigentlich hier, gucke ich gerade wieder unter dem vorgestrigen, 300 Daumen hoch, 11 Daumen runter. 0,3, nee, kann ich rechnen. Egal, also das ist eine tolle, tolle Ratio. Vielen, vielen Dank für diese tollen Likes und auch für die 11 Dislikes, ihr. Egal, so. Und jetzt machen wir eine kleine Vorschau zum Wochenende. Was passiert am Wochenende? Im Apple-Restort ist schon vorbereitet. Sebastian hat mir gerade erklärt, iOS-Nutzer warten da sehnlichst schon drauf. Und zwar eine Übersicht über die besten Wetter-Apps für iOS. Mit allem. Regenradar, was gibt es noch in der Wetter-App? Regenradar, Vorhersage, Widgets. Also alles, was man jetzt braucht, wo man sagt, ey, es sieht gerade schön aus, aber wie ist das in einer Stunde? Dann braucht ihr eine dieser Wetter-Apps. Und noch viel toller, da haben wir jetzt sogar schon einen kleinen Vorgeschmack. Wir spielen erstmal den Vorgeschmack ab. So, beim nächsten Mal wissen wir alle Schritte aus dem Kopf. Wie sieht das denn so gebuselt aus? Kommt schon, Molex. Wenn du jetzt nicht rausgehst, bin ich ja kacken. Ohne Scheiß, wenn der jetzt auf 4,2 GHz stabil läuft, ohne dass wir irgendwas ändern, dann raste ich aus. Und hoffentlich nicht wieder die Festplatte nicht erkennen. Das wäre richtig kacke. Aber es lohnt sich alles, wenn am Ende der Overclock steht. Also, ihr ahnt es schon, in welchem Ressort ist das dann Tech, ne? Gigatec geht am Wochenende ein Artikel samt Video zum Thema PC-Upgrade und Overclocking raus. Was auch, was mich sehr interessiert. Ich habe mich neulich mit Robert unterhalten, der mal meinen alten PC sich vornehmen und so richtig robust an die Grenzen übertakten wird. Da freue ich mich schon sehr auf das Ergebnis. Also Rauch und sowas alles wird super. Und dann habe ich einen Grund, mir einen neuen PC zu kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die wahnsinnig vielen Likes. Habt ein wunderschönes sonniges Wochenende. Und ich freue mich, ne, Montag bin ich nicht da. Das kenne ich noch, Montag ist Brückentag. Das nutze ich mal. Und wir sehen uns dann am Mittwoch. Das freue ich mich sehr. Bis dann. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.